Wir haben heute meinen bisher härtesten Push. Wir starten auf 0 Trophäen mit Edgar und wollen bis auf 1250 Trophäen, also Rang 35, in einem Video kommen. Und das, obwohl Edgar aktuell nicht der beste Brawler ist. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Und damit starten wir rein. 0 Trophäen. Wir haben jetzt hier die Edgar auf Power 1 und ich würde sagen, wir gehen mal zuallererst in den Shop. Denn dort haben wir tatsächlich noch einiges drin. Wie immer natürlich zuallererst, wenn ihr mich supporten wollt, gerne ganz rechts im Shop. Creator Code, wo Jonas eintragen. Gerne alle sieben Tage neu eintragen im Shop, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Und wir haben einiges hier, auch den rasenden Fangskin. Sind das Navigatoren, Colette? Eppertschot brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann haben wir jetzt hier noch drei Startups direkt. Einmal einen epischen Startup, dann noch einen epischen und dann nochmal einen mythischen sogar. So, jetzt hier 100 Powerpunkte. Dann haben wir nochmal einen epischen. Okay, auch noch als drittes den mythischen Startup. Ja, schade, Mann. So, dann würde ich sagen, wir sind es hier, Power Level 1. Wir kriegen sogar noch ein paar Powerpunkte hier. 500 immerhin. Das ist ganz geil. Ich glaube, wir haben sogar eh 3000 Powerpunkte. Weiß nicht, ob es ausreicht. Wir werden es sehen. Okay, wir müssen auf Power Level 11 gehen. 3300 Leben. Schaden sehen wir hier. Ich weiß gar nicht, ob Edgar noch so OP ist. Okay, egal. Wir gehen hoch. Power Level 1 auf Power Level 11. Das ist so geil. Früher waren es ja nur 50% von Power Level 1 auf Power Level 11. Haben sie ja angepasst auf 100% mehr. Also sehr entscheidend, die Power Levels auch. Dann haben wir es. 6600 Leben. 1080 Schaden jeweils. Das ist sehr gut. Junge, 35% erhalten wir den Schaden. Wusste ich auch nicht. Das ist echt eine ganze Menge. So, und das allererste, was wir immer machen. Ich würde sagen, wir kaufen noch keine Gadget Starpausen und gehen direkt in die erste Runde erstmal ohne Fähigkeiten. Und wir haben schon eine 7er Streak am Start. Geil, Mann. Junge, ich habe eine 7er Streak. Wenn die jetzt weg ist, weil ich nicht ins Game komme, bin ich... Ich muss ganz schnell Game Start starten. Ich schau kurz. Intendate, ob ich das richtige Intendate kann. Das richtige. Digga. Also, wer auf Ernst ist, wenn ich jetzt deswegen meine Streak qualiere, dann bin ich schon sauer. Wieso komme ich nicht ins Game rein? Ich hatte eine 7er Streak. Geil, perfekt. Danke. Bin ich jetzt verloren? Meine Streak ist weg. Ja. Oh mein Gott, wir sind drin. Okay, allererste Runde. Das ist meine Streak von 7 Siegen in Folge. Jetzt hätte ich bloß 5 extra bekommen jede Runde. Ja, das kostet mich jetzt irgendwie 30 Trophäen oder so. Danke. Egal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Die Map ist perfekt. Wir haben sogar die perfekte Map heute hier. Edgar allgemein wirklich auch ein sehr, sehr guter Brawler C für die Map. Wir können sehr schnell Cubes farmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte ihn jetzt in der ersten Runde ohne Star Power Gadget zeigen. Das ist schon ein bisschen herausfordernd, ne? Gerade wenn man natürlich dann nicht die Holze schnell bekommt. Aber ist okay. Wir haben schon mal 5 Cubes. So, am Anfang wie immer. Eigentlich so schnell es geht Cubes farmen. Also Edgar ist wirklich aktuell ziemlich stark. Ganz vor allem eben wegen seinem Hypercharge. Den wollen wir jetzt natürlich dann auch noch. Und dann gleich mal Star Power Gadget und Max und dann gleich alles. Wird sehr krass werden. Aber das Krass ist halt eigentlich wirklich, dass sich ein Hypercharge automatisch auflädt. Ja, wir sind direkt showdown. Wir fahren noch alle Cubes schnell. Nur 13 Cubes jetzt hier. Edgar ist schon geil. Ist bis heute einer meiner Lieblings-Brawler, muss ich sagen, von der Spielweise. Sehr aggressiv. Und vor allem auch wirklich sehr stark aktuell immer noch. Okay, dann starten wir rein. Jetzt aber. Direkt das erste Gadget. Und das ist direkt super krass, ne? Edgars Ulti lädt sich 4 Sekunden lang 525% schneller auf. Also wir haben praktisch instant die Ulti. Ich liebe dieses Gadget. Das ist halt super aggressiv. Das andere, die Star Power kann sich überstreiten. Bei der Landung fügen wir 1350 Schaden hinzu. Mit dem Schal direkt. Auch nicht schlecht, sag ich ehrlich. Und jetzt passt auf, ne? Ich meine, ihr kennt das Gadget vielleicht. Man muss einfach drauf drücken, halt instant die Ulti praktisch. Nicht ganz sogar, ne? Oh, ich muss aufpassen. Junge, wenn ich jetzt direkt gegen Otis verliere, ich wollte gerade sagen. Das ist halt so krass, ne? Also eigentlich immer einfach, wenn ihr die Ulti, wenn ihr noch ein gutes Stück von der Ulti entfernt seid, einfach immer direkt Gadget drücken. Und dann halt wieder aggressiv gehen, ne? Das ist halt das Geile bei Edgar. Jetzt haben wir direkt 3 Cubes und... Was hab ich noch für das... Ah, die Star Power muss ich mal zeigen. Die spiele ich eigentlich nie. Ach, lol. Ja, dieser Flächenschaden ist voll ungewohnt. Der Edgar schön gedodged. Das ist ja sau ungewohnt, ne? Jetzt hier zum Beispiel das Gadget natürlich nicht nutzen, wenn ihr die Ulti eh schon habt. Klar. Jetzt hier drauf. Der Schal hat eins jetzt nicht die größte Range, ne? Aber es macht so Bock, Edgar zu spielen, ne? Jetzt hier gegen Shelly könnt ihr mal so einen Jump machen, theoretisch. Gerade wenn ihr auch nochmal extra Schaden macht oder auch die Ulti damit oder einen Schuss damit ausweichen wollt. Okay, gut. Ich meine, wir sind auf 0 Trophäen, das erwarte ich. Aber was war das denn? Sehr geil. Wir haben auch eine Menge Crests, wenn die eben bei erledigen. Let's go. Hier, das ist schon geil. Okay, ich würde vorschlagen, wir holen den Staff am Ende ab. So vor Rang 25 holen wir ihn ab, okay? Zweites Gadget ist Hardcore. Da haben wir ein Schild von 3300 Leben. Ist vor allem ganz gut, wie man eher defensiv spielt. Aber meistens ist das erste Gadget schon besser, glaube ich. Aber wir testen es mal. Und die zweite Star Power ist heiles Chaos. Wir heilen nochmal 25% mehr mit dem Schaden, den er austeilt. Das ist sehr, sehr krass. Okay, auf geht's. Also das Schild ist halt... Das Ding ist, ihr kriegt halt eure Ulti nicht so oft. Und dadurch sterbt ihr halt meistens einfach so. Ich kann es dir jetzt nicht mal zeigen. Aber ihr seid halt im 1 gegen 1 natürlich. Wenn ihr dann dran seid, natürlich unfassbar krass. 3000 Leben extra. Ihr heilt ja auch noch mit dem Schaden, den ihr macht. Das bedeutet, das ist halt schon geil. Also es ist Geschmackssache. Die meisten Pros sagen auch eher das erste Gadget, weil man einfach aggressiver spielen kann natürlich. Und immer auch wegjumpen kann, wenn man das auch nötig hat zum Beispiel. Aber es ist schon auch geil. Passt mal jetzt auf. Jetzt hier der Karl. Und die Duck zum Beispiel wäre zumalerweise ein größeres Problem. Guck mal hier. Ich habe nicht mehr mein Schild verloren. Gut, fairerweise, ich hätte ihn auch so oder so gekillt. Aber trotzdem. Jetzt hier Ash, auch normalerweise ein Tank. Gar kein Problem mit der Star Power. Guck mal, wir haben immer noch unser Schild. Ist schon krass, ne? Also es ist wirklich krass, finde ich. Neun Cubes, auf geht's. Den haben wir auch. Und damit noch einen Kill. Und dann haben wir die ersten drei Schaden und Runden gewonnen. Okay, Karl, müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Also seht ihr schon ein bisschen das Problem wieder, ne? Das haben wir die Ult halt nicht. Man muss schon relativ lange warten. Und überlegt mal, ihr habt jetzt wirklich gar nichts von der Ult. Dann müsst ihr, glaube ich, so bestimmt 30 Sekunden bis eine Minute warten, bis ihr so die Ult, ehrlich, habt. Ist halt schon krass, aber ja. Ich finde das andere Gadget deswegen schon besser. Aber ist trotzdem geil. Und damit würde ich sagen, kommen wir natürlich zum Skin. Und haben noch die Hypercharges. Die kaufen wir uns den direkt von dem Brawl Ball Game. Machen wir uns erstmal den Skin. Ja, ich will den schon. Komm, Mecha Edgar, 300 Gems, auf geht's. 300 Gems für Mecha Edgar. Länge näherer Skin. Ich sag ehrlich, ich finde die Originalvariante am besten. Und vor allem noch so viele geile Pins dazu. Animation ist auch geil. Kill-Animation ist auch dabei. Schauen wir uns direkt an. Da ist der Skin ausgewählt. Hätten jetzt auch noch die Farbvarianten. Ich finde die aber irgendwie beide ziemlich hässlich, oder? Ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Und die Gears kaufen wir dann. Komm, wir kaufen jetzt alles schon mal. So, Hypercharge jetzt auch noch. Und wir kaufen Gears. Und zwar, was ich empfehlen würde. Also, folgendes. Für Edgar... Also, plus eins würde ich eigentlich immer nehmen, dass ihr ein extra Gadget habt. Würde ich jetzt persönlich zumindest sagen. Hat er jetzt auch genommen. Und er hat Ult-Aufladung genommen. Für Tresor-Rop Damage. Und ansonsten sogar Schild. Ich würde sagen, weil wir gerade auch sehr aggressiv pushen wollen, geben wir mal ein Schild. Ich denke, es kann eh ganz gut funktionieren. Schild und plus eins. Okay, und damit geht es rein. Wir können jetzt die Ulti direkt aufladen. Haben jetzt noch ein extra Gadget. Und ihr seht halt vor allem, das ist das Krasse, warum Edgar auch gerade aktuell so stark ist. Einfach. Aus dem Grund. Weil natürlich sein Hypercharge automatisch aufgeladen wird. Und irgendwie der Skin, ne? Der Skin auch nochmal hier. Diese Kill-Animation ist absolut wild. Schaut euch auch an, wenn er springt. Und dann lässt er auch nochmal so ein Feld auf dem Boden. Aber vor allem die Kill-Animation feiere ich halt schon extrem. Der Skin sieht schon sehr, sehr geil aus. Wir haben halt jetzt schon wegen dieser automatischen Ult-Aufladung unseren ersten Hypercharge. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall auch das plus eins Gear empfehlen. Weil ihr es ja noch einmal mehr benutzen könnt. Und noch einmal mehr, noch mal besser, euren Hypercharge aufladen könnt. Jetzt bin ich völlig falsch hängen gejumpt. Egal. Aber schau euch das halt an. Schau euch das halt an. Guck mal, jetzt können wir direkt hier zwei Gegner killen. Und das war's. Das ist halt so krass, ne? Ihr seid halt schneller. Ihr könnt schneller angreifen. Und lädt euren Hypercharge auch noch automatisch auf. Was ist halt. Das ist halt komplett krank. Da sehen wir es nochmal vierer Streak. Sehr, sehr geil. Plus drei nochmal. Und kriegen nochmal einen Start-Drop sogar. Oder zwei sogar. Wegen dem Event aktuell. Sehr, sehr geil. 50 Powerpunkte. Und nochmal einen super seltenen Drop. Das P-Verdoppler. Sehr, sehr geil. Hat 2000 XP auch bekommen wegen den Quests. Okay, welchen Rubber-Map? Oh mein Gott. Und? Oh, das geht. Aber ich würde sogar sagen, wir bräuchten sogar eigentlich Speed. Oder trotzdem? Weil ja plus eins halt wichtig ist, so ein Schild, ne? Ich glaube, ich brauche echt sogar Speed auf der Map. Das geht, glaube ich, echt nicht anders. Okay, außen ist also Speed, wegen dem es sind zu viele Büsche auf der Map. Wir machen sogar Speed und Schild, weil wir erstmal das plus eins nicht brauchen. Und damit geht es los. Wie lange werden wir brauchen für 750 jetzt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Hypercharge haben wir schon gekauft, ne? Ja, wir haben alles. Sehr, sehr gut. Okay, ich würde gerade sagen, jetzt kurz AFK. Oh, nee, direkt Larry und Lowry jetzt hier. Als Gegner habe ich jetzt natürlich gar nicht keinen Bock drauf. Mal schauen. Wir müssen eigentlich immer nur einfach drauflaufen und scoren direkt. Was ist denn da hinten los? Wieso scoren wir denn? Okay. Ich würde sagen. Ups, ups, ups. Passt den Ball, passt den Ball. Oh, nee. Passt den Ball, passt den Ball, passt den Ball. Sehr gut. Jawohl. 20 Sekunden, erstes Tor. Muss auch ein bisschen aggressiver gehen. Einfach schön reinlaufen und hier aggressiv die Gegner rausnehmen, ist eigentlich hier so der Plan. Jetzt ist mein Bildschirm plötzlich viel heller geworden. Keine Ahnung. Sehr, 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 sehr gut. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwie scoren. Ja. Weiß nicht. Das ist doch nicht der Plan. Machen wir wieder. Ey, Digga, er passt den Ball noch nach hinten. Können wir nicht machen. Jetzt aber. Kill ist da. Genau. Tor. Sehr gut. Aber eine Minute ist zu lang. Let's go. Ja, genau die Wins brauchen wir. 19 Sekunden. Und das Ding ist, wir kriegen ja pro Game jetzt mal hier bloß 13. Das ist schon wild. Irgendwann, jetzt müssen wir die ganze Startups. Warum ist er verlassen gegangen? Oh, geil. Mythisch. Was? Das muss bis ins Video. Wie geil. Übel geil. Also, auf geht's. Entscheidende Runde jetzt schon für Rang 10. Das ist absolut genial. Haben direkt den ersten Cube. Haben hoffentlich vielleicht auch den zweiten Cube. Dann den dritten. Also, das ist halt immer genial. Wir können auch so schnell farmen. Was will der Mortis denn jetzt aber auch? Hä? Wollte gerade sagen, der geht halt wirklich auf mich drauf. Ich dachte erst, der wird nur antäuschen. Aber nee. Das ist halt so gut. Es kriegen halt so viele Cubes. Direkt vier. Können wir eine Ult hier drauf... Ah, nee. Komm, jetzt nicht die Ult Ways. Das wäre jetzt ein bisschen arg. Arg motiviert. Ich weiß halt auch nicht, warum jetzt hier nirgendwo irgendwie Gegner sind. Aber irgendwie checken die es auf der Höhe oft nicht. Dass man auch auf Kisten gehen muss. Das wird eine sehr zerstörerische Runde. Wir haben jetzt schon acht Cubes. Hört euch das an. Junge neun. Jetzt zehn. Ich habe übrigens das falsche Gear noch ausgewählt. Dabei ist egal. Ich habe noch Speed Gear. Die Maisie ist noch sauer. 13. Und jetzt haben wir noch Hypercharge. Den letzten Gegner. Boah, Junge. 15 wird noch besser. Ich weiß nicht, ob die alle so lost sind, wenn ich auf die Cubes gehen. I can't. Oh mein Gott. Das war überraschend gerade. Ich dachte, der wäre irgendwo anders. Okay, Zwischenstand. 100. Ja, fang 10. 150. 151 schon. Ich habe nur noch 1 zu 1, Junge. Was ist denn das? Junge, ich habe ihn mit Hypercharge nicht gekillt. Hä? Auf geht's. Halbe Stunde. Wir sind jetzt in der entscheidenden Runde hier für die 300 Trophäen. Also ich muss wirklich sagen, es ist echt gar nicht mal so leicht auf der Map. Irgendwie mit Edgar. Weil das Ding ist, ich weiß nicht so genau, woran es eigentlich liegt. Aber... Eih, ist das so gut. Oje, der passt was irgendwie nicht so. Oh nein. Jetzt aber komm. Das muss jetzt das Tor sein. Komm, alle nochmal... Jawohl. Sehr gut. 1 zu 0. Ach, Digga. Das sind nirgends auch... Das ist nirgends so ein Urkost die ganze Zeit. Jetzt waren eigentlich bei allen gut. Okay. 300 Trophäen auf jeden Fall erreicht. Wichtig. Entscheidende Runde für 500 Trophäen in unter einer Stunde. Auf geht's. Wir drücken direkt das Gadget. Und gehen direkt zu den beiden Kisten hin. Leon ist jetzt hier. Das Wichtigste zuerst, wie immer die beiden Kisten farben. Oder allgemein Kisten farben. Am besten nicht zu sehr auf die Gegner drauf gehen. Unsere Ulti und so einen Hypercharge laden wir sowieso automatisch auf. Wir haben fast keine Kisten, Jungs. Jetzt nicht. Sehr gut. Jetzt ist okay. Ist okay. Vier Cubes ist okay. Ja, das meine ich halt. Alle fighten halt außen. Und wir holen in der Zeit alle Kisten. Ist so geil. Guck mal, jetzt kann ich auf den draufjumpen. Ah, hat er gut gemacht. Hat er leider gut gemacht. Das war jetzt nicht so schlau. Habe ich genau den Fehler gemacht, dass ich gefightet habe. Schön rückwärts laufen. Kann er nichts machen. Genau. Sehr gut. Ja, ist einer drin. Das weiß ich. Okay. Hypercharge ist ready. Das muss ich ganz sehr aufpassen. Hypercharge auf jeden Fall aufhalten. Äh, aufhalten. Aufheben für Tara. Ja. Let's go. Okay, das war ein extrem schlechter Hypercharge. Egal. Okay, doch nicht. Eigentlich. Ja, die Ulti war sehr schlecht geplaced. Aber ist egal. Also ich gewinne mir die Runde. Haben alles gekillt. 500. Weiter geht's. Auf geht's. Entscheidendes Spiel für die 600 Trophäen jetzt hier in Brawl Ball. Und danach können wir auch schon direkt in die anderen Spielmodi reingehen. Also wir kommen sehr, sehr schnell jetzt hier gerade voran. In 1 Stunde 2 Minuten. Das ist wirklich ein gutes Tempo. Ist auch eigentlich auf die Shelly gehen, wo dann kann ich eigentlich nichts machen. Ne. Sehr, sehr gut. Oh, das ist egal. Ich finde einfach ein Tor. Oh. Ist dann? Vielleicht noch nicht so. Doch, die Shelly. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das letzte Tor. Junge, der Jump war dann wieder so geil. Keine Chance hier für die Gegner. Der hat schon mal gedrückt. Und. Lässt mich verarschen. Da konnte ich aber nichts machen. Die hat Instant Duld gehabt. Jetzt komm ich. Oh, okay. Das muss ich gar nichts mehr machen. Perfekt. Ich nochmal. Ich warte einfach ab. Unsafe. Let's go. 2 zu 0. Wir halten auch eine sehr, sehr gute Streak. Ey, noch 100 Abos für die 580.000, by the way. Vielen, vielen Dank. 47er. Und damit geht's rein in die verschiedenen Modi. Lass direkt mal das erste 5 vs. 5 machen, oder? 5. Ich liebe 5 vs. 5. Oh Gott. Nita, Dynamike. Okay. Also worum geht's? Wer zuerst wie viele Kills bekommt? Mal schauen. 20, Junge. 20 Kills. Ey, das ist geil. Edgar war eigentlich gar nicht einmal so schlecht für Eliminierung. Merp ist vielleicht nur ein bisschen offen, sehe ich gerade. Das ist eigentlich schon mal sehr gut. Kann jetzt hier auf Nita jumpen. Genau. Perfekt. Erster Kill schon mal richtig. War gestorben. Wenn ich halt natürlich so trade, ist natürlich wiederum nicht so geil. Müssen wir schauen. Vielleicht muss er aufpassen. Er läuft gut. Sehr ehrlich. Ich gehe jetzt hier hin. So, jetzt hier. Nice. Erster Kill. Ah ja, sehr gut. 3 vs. 2 schon mal. Direkt wieder der nächstes Gadget. Ich muss halt immer aufpassen. Wenn ich am Ende halt einen Kill mache, dann darf ich einen anderen Team mit da sterbe, der daneben dran steht. Ist wieder auch nichts. Ah, der ist auch gestorben. Schade mal. Ich kann jetzt auch nicht hier reingehen. Ich kann jetzt nicht auf drei Leute reingehen. Hab jetzt Angst, gleich Hypercharge. Ich habe diesen Low. Oh, nice. Nice. Das ist nice. Das ist nice. Take down. Noch ein Take down. Oh, jetzt weiß ich, ich bin ein bisschen aggressiv. Und weg. Oh, oh nein. Oh nein. Ja. Okay, fair. Das war jetzt aber auch ein bisschen lost. Ich habe, glaube ich, gerade drei oder vier Kills gemacht, ohne zu sterben. Richtig. Edgar finde ich jetzt nicht unbedingt optimal. Wir hatten 5 vs. 5. Einfach auch, weil natürlich jeder noch ziemlich schnell. Vielleicht sterbt am Ende. Wenn ihr vielleicht in so ein Team reinjumpt. Guck mal jetzt hier zum Beispiel wieder. Schöne Hypercharge auch. Sehr, sehr schön. Beides lang seine Kills sehe ich gerade. Weiß. Und. Eis. Auch gute Teamleistung hier. Mal schauen, wie die Stats waren. Interessant auch bei fünf Leuten. Nur bei zehn. 5 vs. 1. 3 vs. 1. 3 vs. 5. Ja, solide Teamleistung. Also Shelly war sogar nur 4 vs. 4. Auch krass. Auf geht's. Nächstes Game. Wir sind es hier. 49, wenn wir gewinnen. 49 Siegesserie. Das wäre absolut. Ich glaube, wir müssen es schaffen würden. Und natürlich Juwelen. Also ich muss ehrlich sagen, allgemein spielt eigentlich Edgar nicht in Juwelen. Der kriegt nicht auf so einer Map, die völlig offen ist, sehe ich gerade. Weil Jessie kann ich gut rausnehmen. Aber ansonsten. Okay, das ist easy. Hä? Nehmen. Ja, easy. Was machen die denn aber auch, hä? Ja, die sind ja. Ja, okay. Was ist los? Okay, ich warte es einfach hier. Ich darf jetzt eigentlich nicht zu aggressiv gehen mit den Gems. Das ist auch wieder eine Lüchte. Der macht's gut. Guck, der Junge. Ja, ich seh's, ich seh's. Ja, easy. Schöne Kontrolle. So muss es sein. Sechs Gems. Ich bin Edgar aber trotzdem bitte nicht in Juwelenjagd, Leute. Ich kann es halt leider nicht aggressiv gehen. Ich kann zumindest gleich nochmal einen Hypercharge aussetzen. Bleib ich nicht mehr. Ja, ja, lass einfach auch safe gehen. Zack. Der Kill muss noch sein. Der Kill muss noch sein. So. Geil. Okay, Zwischenstand. Wir sind bei 634, 49er Streak. Okay, drei Modi haben wir noch. Oh, Jäger-Modus muss ich gleich aber alleine machen dann noch. Wir sind in Hotzone als nächster Modus. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 50 Siege in Folge. Wird eins nicht ganz so leicht werden. Also ist das nicht unbedingt ein Modus, den ich jetzt hier empfehlen würde für Edgar. Nein, ich wollte doch. Ich sollte eigentlich links gehen. Fällt mir auch gerade auf. Perfekt, egal. Ich bleib erstmal kurz hier jetzt. Chill das erstmal. Schön gemacht, schön gemacht. Ich kill noch. Hab ihn noch. Sehr gut. Ja, kriegen wir eh hin. Ich bin jetzt einfach rechts. Das ist auch okay, denke ich. Also gut, Kontrolle ist da. Ja, also auch für Hotzone würde ich Edgar auf jeden Fall nicht empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil es ist halt kein Brawler, mit dem ihr gut Kontrolle halten könnt. Na, Stunt von Edgar sehr... Oh, muss ich aufpassen. Hat er gut gemacht. Verlust. Boah, Junge, der ist halt instant down von Larry Lowey. Larry Lowey ist halt so unfair, ne? Ist immer noch krass. Oh, guter Stunt von dir. Muss ich ihn lassen. Ja, das war's eigentlich. Jetzt kann ich einfach hier die Dings ein bisschen halten, entspannt. Oh, du bist noch gestorben. Ist egal. Geil links. So, dann kriege ich mit Hyperchurch einfach rüber. Kann ich jetzt auch nicht so leicht sterben. Kann auch ein bisschen... Ja, hier einfach so dodgen, genau. Oh, den noch killen. Nice. Let's go. So, und damit sind wir tatsächlich jetzt bei einer unfassbaren Streak von 50. Sehr geil. 647. Oh, jetzt Knockout. Das ist sein Modus. Okay, und damit geht's rein. Das ist eher sein Modus. Das Ding ist, die Map ist leider ein bisschen offen jetzt wieder, ne? Also eigentlich eher gut auf geschlossene Maps. Vor allem auf der Shorter-Map, die wir eigentlich heute haben, ist halt ohne Witz wirklich gut. Bestens nicht zu offensiv gehen. Gerade am Ende, wenn ihr den Hyperchurch habt, ist halt absolut krass natürlich. Das kann man auf jeden Fall dann gut ausnutzen. 7 HP, 7 HP. Jawohl. 20.000 Abos, nur noch wirklich, muss man sagen, für die 600.000. Und wir haben die 500.000 erst im Dezember geknackt. Das ist wirklich verrückt. Wir sind im Super-Tempo auf dem Weg. Für die 1.000.000 damit auch. Geil, Mann. Richtig. 660. Okay, auf geht's. Wir sind im Jäger-Modus. Wir haben... Junge, wir haben drei Colts. Auch einen, Edgar. Zweimal Larry Lowey. Okay, stimmt. Die werden natürlich auch nervig. Sehr, sehr, sehr aggressiv natürlich gehen. Sehr, sehr... Oh je. Nicht auf Larry Lowey am besten direkt. Ähm... Ja, doch, ich muss aggressiv gehen. Komm, egal. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Es ist dumm, dass ich jetzt weggelaufen bin. Da fighten die schon. Genau, 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 genau. Zumal jetzt hier, genau. Direkt der erste Kill. Wichtig. Ich bin immer noch Platz 9. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt meine Streak dadurch verliere. Ich habe eine 50er-Streak. Ich bin total dumm, merke ich gerade. Oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt in den Kill. Nice. Habe ich, habe ich, habe ich. Shelly, weg von der Shelly, weg von der Shelly. Ich bin Top 4 jetzt wieder. Hyper Charge. Nein, trotz Hyper Charge ging die Shelly gestorben. Ich bin so dumm. Ich muss echt aufpassen. Ich habe jetzt nur zwei Kill. Nice. Top 3 jetzt. Ich habe Spike mit ein bisschen Glück. Die laufen hier ineinander. Ja, Top 2, Top 2. Ja, das muss ich jetzt schaffen. Sehr gut, Top 2, Top 2. Ja, der Winner ist es auf jeden Fall damit. Ich bin echt ein bisschen dumm im Nachhinein, dass ich da jetzt alles riskiert habe. Nein. Ich muss es probieren. Ja, nein. Egal, Top 2, Top 2. Let's go. Hey, besser geht es nicht. Platz 2. Platz 1 war ihr zwei Kills vorne. Ja, perfekt. Okay, entscheidende Runde für Sieben, Trophäen. Auf geht's. Wir haben alles gewonnen. 50, über 50 Siege jetzt hier in Folge. Grey Gadget auch voll daneben, wichtig. Jetzt kann ich hier gleich schon mal die erste Ulti setzen. Ja, gut, perfekt. Besser geht es nicht. Ich muss auch die Ulti gar nicht setzen. Shelly hier absolut am rasieren. Ball kommt rein. Stark, Mann. Und damit ein letztes Tor hier für die Siebenhundert Trophäen im Brawl Stars. Auf geht's. Deinemarke hier mit dem Versuch. Ich kann jetzt hier eigentlich schön draufjumpen. Ich kriege hier beide. Hyperchart Shelly auch nochmal. Sehr, sehr geil. Das ist es. Let's go. Und da sehen wir es nochmal. Siebenhundert. Ich habe es nicht gezeigt. Ja, siebenmal zwölf. Perfekt. Okay, drei Spiele für 57 Trophäen. Können wir das schaffen, ist die große Frage. Das hier ist die Map. Jo, so, jo. 5, 7, 7, 7 ist ja auch am Start. Shelly. Shelly ist natürlich schwierig. Da kann eigentlich jetzt keiner im Busch drin stehen, oder? In dem Busch glaube ich nicht. Nur einer außen höchstens. Okay. Wir brauchen so schnell, es geht ganz viele Kisten. Ich will am besten Fall auch eigentlich nicht meine Streak verlieren, wenn es irgendwie gehen würde. Das wird bestimmt nicht leicht werden. Aber das ist sehr gut. Boah, das ist halt wieder das Geile. Da hat wieder so viele Kisten sind am Anfang. Wichtigster Tipp, wie immer in Showdown, geht auf Kisten. Ignoriert hier die anderen Brawler, so gut es geht. Sehr geil, okay, richtig. Toll. Ignoriert die anderen Brawler, so gut es geht, geht einfach nur auf Kisten am Anfang. Man hat sich auch schon 6 Cubes. Dann halten wir uns aber von dem lieber fern. Digga, was ist denn jetzt sein Plan? Der Mortis, keine Ahnung, Mann. Sehr gut. So, jetzt hier Shelly. Shelly ist eigentlich, ich will jetzt aber nichts riskieren. Wenn ich die Ult gut time, kann ich auch die Ult nämlich dann einfach dodgen. Trotzdem kein Bock natürlich drauf. Ist mir zu riskant. Ich jetzt weg hier von der Shelly. Ist okay. Der Mortis wird jetzt hier drin gehalten. Ist auch gut für uns. Larry Lowey auch noch am Start. Shelly killt Larry Lowey, okay. Hat jetzt keine Ult mehr. Ja, lieber nicht featen. Ein Platz noch für die Top 4. Haben wir den Win wieder. Und ihr seht halt schon, was ich meine. Wir haben erst ein Gadget genutzt und haben gleich schon den Hypercharge. Das ist halt insane. Oh, das ist eklig. Wir sollten lieber aufpassen. Nicht, dass das dann irgendwie stunt. Ich will jetzt auch gar kein Risiko eingehen. Ja, was hat der denn jetzt gemacht? So, jetzt habe ich Hypercharge. Lieber ein bisschen defensiv bleiben. So, jetzt hier ein bisschen vielleicht den Dynamite waiten. Ich will jetzt halt der Shelly keine Ult feeden, aber ich muss es halt irgendwie, ich will jetzt in die Mitte kommen. Überraschung. Der hat ja gar nicht mit gerechnet. Direkt auf die noch drauf, würde ich sagen. Hypercharge haben wir die besten Chancen, ja. Der hat ja gar nicht mit gerechnet. Das ist ein sehr wichtiger Tipp auch manchmal, dass man einfach, keine Ahnung, ich war jetzt voll auf die Shelly eigentlich gefokust und der Diverrack hat gar nichts gecheckt. Ich war viel zu schnell für ihn. Sehr geil. Zwei Games für die 750. Auf geht's. Die letzten zwei Runden für 750. Komm, jetzt hier nochmal eine richtig gute Runde, hoffentlich. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht, gar nicht gut. Ich denke, es ist schon mal eine Kiste. Ich sehe ein paar Kisten zumindest. Ich weiß nicht, dass es sein Plan ist, aber egal. Das ist sehr gut. Ihr seht wieder nicht auf den Gegner gehen, sondern auf die Kisten, ne? Ganz eindeutig. Da habe ich zwei Cubes gesaved. Hat sich sehr krass gelohnt für uns. Sonst hier müssen wir halt ein bisschen schauen und leider verlieren wir jetzt hier einige Zeit dadurch. Ah, war das schlau? Ne, war gar nicht schlau. Das war sehr dumm mal wieder. Perfekt. Oder zwei Larry Lowys auf mich habe ich Bock drauf. Wie das denn jetzt werden? Gar nicht geil, gar nicht geil. War nicht optimal gespielt, vor allem mit dem einen Jamba, dabei ist okay. Und der ist halt auch leider schon Ulti. Larry Lowys ist auch leider uns gegen uns gar nicht mal so schlecht, weil der Bot halt uns kein Leben zurückgibt. Perfekt. Bin ich auch sehr fair. Jetzt ist es sehr gut, ne? Wieder Hypercharge automatisch aufgeladen. Edgar natürlich aufpassen weiterhin, ne? Ja. Müssen wir nicht kriegen? Ja, ich wollte gerade sagen, mit Hypercharge, ich wollte gerade sagen, also es muss ja mit Hypercharge reichen. Wir machen mehr Schaden, haben mehr Liebungen. Klar, er hatte zwei Cubes, aber trotzdem. War aber noch relativ knapp, hätte auch seine Ulti auch gut einzusetzen können, theoretisch. So, jetzt hier, schöner Jump, genau, auf den gewartet, ist hier direkt die nächste Ultfarm. Dürfen es hier nicht, jetzt ein bisschen dodgen, jetzt hier einfach warten. Wir jumpen auf ihn drauf. Ja, keine Chance für ihn. Also, ihr seht, wir sind trotzdem fast gestorben. Wenn er jetzt hier seine Ulti besser platziert hätte, und er noch ein Gadget gehabt hätte, vielleicht, dann wäre das ganz schön eklisch geworden. Ja, moin Bull. Chillig. So, hier einmal Dodgen, Schuss, genau, einmal einen Jump nutzen. Jump im Nahkampf auch sehr gut gegen Nahkämpfer. Gerade gegen Shelly, wenn die die Ult dann ausüben, oder gegen Frank oder so. Und damit ein Sieg. Für 750, komm, holen wir uns. Die entscheidende Runde für 750 Trophäen mit Adra. Komm, wir haben alles gewonnen, wir müssen jetzt auch die Runde gewinnen. Ich hab ein bisschen Schiss, dass da jetzt aus dem Busch jemand rauskommen könnte. Digga. Ich hasse diesen neuen Brawler, Junge. Ich hatte so eine geile Streak, da waren so viele Kisten. Wo bin ich so dumm, ich laufe da rein, ich bin so dumm. Minus 8. Extra kurz gewartet, dass wir die Ult-Clash haben. Jetzt haben wir die Ult-Sprünge drauf und holen ihn hoffentlich auch. Als Slow bestimmt, ich bin dumm. Ist danach eingefallen, dass sie Slow haben, die meisten Crows. Jetzt können wir hier die Kiste nehmen. Netterweise, der läuft sogar weg. Er hat jetzt schon seinen Bot, das ist ein bisschen nervig. Ich hol mir einfach am besten einfach mal schnell raus und jumpen. Ich hab den Jump gemisst, perfekt, Junge. Was mach ich grad? Oh mein Gott, die Range. Digga, ich hasse es. Junge, ich hasse diese Larry und Lowys überall. Sonst hole ich mir ihn. Oh mein Gott. Es ist so dumm, wie knapp das wieder ist. Ich hab's geschafft. Okay, jetzt hab ich Hyper-Charge, das ist sehr gut. Ich hab eine Ult irgendwie nicht getroffen gerade. Perfekt. So, jetzt hab ich Hyper-Charge und Ulti. So schlau ist es sogar eigentlich passiv zu spielen, oder? Theoretisch könnte ich mir nochmal vielleicht hier. Ja, okay, Heals einmischen ist schlau. Hyper-Charge nicht raushauen ist auch schlauer, damit wir den auf jeden Fall aufheben. Ich werde nicht mit dir teamen. Nein, danke. Ich hab noch ein Gadget in der Zimus direkt. Zack. Oh, ich wollte eigentlich jumpen gerade. Das war wieder perfekt gefailt. Egal. So, haben wir auch. Ja, und das ist halt souverän, ne? So, jetzt können wir hier warten. Na, der wäre gerade low gewesen, aber, ja, geht ja nix. Ja, dann heilen wir jetzt einfach. Dann gleich Hyper-Charge und Ulti nutzen und dann soll das eigentlich werden. Und, let's go. Das ist die große Frage, ob es ausreicht. Müsste aber eigentlich gehen, wenn ich treffen würde. Perfekt. Ich treffe einfach keinen 1. Ich weiß nicht, wie gut es gegen Daryl ist. Er hätte auch 6, glaube ich, mehr, aber egal. Ich würde trotzdem holen können. Gehe diesmal nicht auf diese Kiste. Junge, wieso sind 6 Adgas in der Lobby? Oh, 7, sorry. Ich habe mich verzählt um einen. Jetzt aber, 750, komm. Gerdi direkt drücken. Direkt auf die Kiste gehen. Ich meine, wir sind eine Runde 8er geworden, ansonsten immer zweimal Erster, einmal Zweiter, glaube ich, so irgendwie, ne? kann man sich jetzt nicht beschweren. Kann der Balee mich bitte in Ruhe lassen? Danke, Mann. Okay, wir wollen nur auf die Kisten gehen. Wir wollen gar nicht mit dem Balee fighten, wie immer. Wir wollen nur so viele Kisten, wie es geht. So, sehr, sehr schön. Guck mal, das haben wir schon. Drei. Ja, und das ist halt der Tipp, ne? Sonst können wir hier die ganzen Cubes auch noch abstauben. Haben wir uns schön ein bisschen rausgehalten und dann die Cubes abgestaubt. Richtig. So, jetzt haben wir eine super Ausgangslage, ne? Das Problem ist halt, wenn ich jumpe, jumpt er auch, also mache ich es jetzt nicht. Hyper-Stage habe ich eh gleich aufgeladen. Nervt ein bisschen, weil Edgar kann halt, ich kann auch mit fünf Cubes den Edgar nicht rausnehmen, weil der einfach auf den nächsten dann aufjumpt. Das ist nur Edgar in der Lobby, chillig. Bro, was macht er denn da? Was macht der Balee da? Was macht er denn da? Ich habe auch einen Hyper-Stage lieber gedrückt auf ganz safe, aber war glaube ich gar nicht nötig. Jetzt habe ich eine sehr gute Ausgangslage. Fairerweise, Hyper-Stage ist es weg. Das nervt mich jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich, aber wir haben noch drei Gadgets. Ganz ehrlich, lassen wir die Gadgets so nacheinander so ein bisschen drücken, weil warum nicht? Irgendwann so ein bisschen wenigstens Hyper-Stage aufgeladen, Stück für Stück. So, jetzt lassen wir die gegeneinander fighten, dann haben wir Platz 1 und dann sind wir alle happy. Kriege ich meinen Hyper-Stage noch? Das wäre geil. Ich drücke jetzt einfach alle Gadgets. Die sollen so lange fighten. Ich meine, jetzt habe ich eh noch alle übrig, bevor ich die jetzt waste. Ich kriege gleich noch den Hyper-Stage da durch. Und hier habe ich eh ready. Wieso ist das auf mich? Was ist denn jetzt? Jawohl, da fighten gegeneinander, genau. Ja, perfekt. So muss man eigentlich spielen, aber so spiele ich meistens sehr ungerne, weil es auch gerade für YouTube sehr langweilig ist, einfach nur so zu stehen und zu warten, aber es ist taktisch oft das Beste für Showdown. Ihr habt es gesehen, gar nichts machen müssen. 57, sehr, sehr geil und damit geht es hoch auf 1000. Schade. Jetzt haben wir sie lost. Schade, schade. Oder? Ne, doch. Let's go, Session. Ich weiß nicht, ob es smart war, nicht so, oder? Ne, der Volt gefeedet. Jawohl, hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe durchgeschossen. Ich habe drei. Geil, Mann, plus 13. 800. Und damit gehen wir rein in die entscheidende Runde für 900 Trophäen. Gerade mal 17 Minuten haben wir jetzt hier gebraucht. Das ist absolut heftig. Und wenn wir jetzt gewinnen, sind wir schon voll dabei. Auf geht's. Jack ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wir werden am besten fokussen, wie der Larry und Lowry am besten. Wie immer. Okay, Leon ist in der Schattenhaut. Nice, hab die Dingssicht, Larry Lowry. Nice sehen, das ist okay. Nicht der Klon. Ah, Larry und Lowry jetzt. Aufpassen. Okay. Nice. Yes, schön. Okay, komm, ein Tor für 900. Das müssen wir schaffen. Das ist auf Larry und Lowry vor allem aufpassen hier. Ich bin oben, Mitte bei denen vom Tor. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Ich bin vom Tor. Da kommt's. Junge, so krass. Wir sind in 18 Minuten von 750 auf 900. Das ist echt, das ist schon mal ordentlich, aber noch ist nichts so besonderes. Entscheidendes Game für 1000 Trophäen nach 34 Minuten. Es ist unfassbar. Ich fokuste vor allem Larry Lowry wieder, würd ich sagen, wie immer. Ja. Ich hab schon mal getroffen, oder gut getroffen. Gut getroffen. Jackie won. Ich kann Larry Lowry, glaube ich, raus, denn er hat mich gut gebetet. Hat er gut gemacht. Oh shit, oh shit. Schön, 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 schön. Und jetzt Jackie so ein bisschen, er hat mich gehittet, leider. Jump war nicht, oder? Dann war doch gut, ich lebe. Nice. Auch nicht nice. Auch nice. Schön. Boah. Jetzt werde ich check, ich bin leider gezogen, ich jump einfach weg. Junge, was machst du da? Oh mein Gott, okay, schade, was geklappt. Also müssen wir aufpassen. Der hat den Bot jetzt, die Jackie hat auch Ulti, vor allem das ist eher eklig. Ich weiß nicht, ob wir das aufhalten können noch. Noooon. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich mach die weg. Oh mein Gott. Piper Charge. Hey, meinst du den Klon wegmachen? Angst noch. Noooon. Hat keiner gesehen. Hab ihn, glaube ich. Hab ihn fast bekommen, aber nur fast. Junge, das ist so dumm, ich krieg ihn nicht mehr, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich krieg ihn nicht mehr. Junge, es ist so, ich hätte, ich hätte, ich hätte lieber die Ulti aufheben sollen. Die spielen leider gut. Die spielen leider gut. Ja, die spielen wir locker hin, Jonas. Ja, so locker ist jetzt gerade nicht aus. Schön, das war stark. Stark. Junge, ich sterbe halt instant, genießen Bad. Was soll ich tun? Schön, 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 schön. Ja, stark. Irgendwann Jacky mit Hypercharger, das Blockgang ist auch gar nicht. Geh ein bisschen weg. Digga. Oh nein, 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 nein. Ja! Das war so stark von dir, Junge. So stark. Du musst den neuen Broder raustraden. Ich hab's probiert. Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie habt ihr's verteidigt bekommen? Der Outerame, der Outerame hat gepasst. Ich hab's wohl noch gepasst. Ich hab den dort rausgeholt, der hat den nächsten Board, egal. Der ist hinten jetzt. Der ist relativ low. Mein Gott pigt you. Digga, der Board killt mich im 1 gegen einen. Oh! Junge, was habt ihr gemacht? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal schauen. Wir waren mit den Stats, die waren gleich bodenlos. Eine Chance. Habt ihr richtig gut gemacht. Meine schlechteste Runde heute. Hey, ich bin nicht auf 940. Ich bin nicht auf 1000. Das war verpackt. Ich hab's dir doch gesagt. Junge, Chad, ich war auf 994, oder? Gerade eben. Was ist denn das für ein Bug? Okay, jetzt nochmal. 1000 Trophäen. Oh, kein Larry Lowy drin. Gegnerischen Team. Geil, Mann. Stark, 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 stark. Wieso? Jawohl, ich hab ja gar nichts gemacht. Wieder stark, Mann. Okay, komm, jetzt 1-0 direkt. Versuch hier ein bisschen abzuschirmen. Ja, stark, Mann. Ich glaube, die geben auch so viel auf direkt. Schau mal, hier direkt den Play. Hier auch Druck ausbauen. Ja, aufbauen. Ich hab nichts gemacht. Ihr habt das 2-3, äh, 2-1 eigentlich. Wie auch immer. Da gegen 3 gemacht. 3, Mann. 1000 Trophäen. 23er Streak. Okay, Zwischenstand. 45 Minuten. Wir sind von 750 jetzt auf 1050. Das ist das entscheidende Spiel jetzt schon für Rang 31 mit Edgar. Es ist absolut verrückt, wirklich. Schaut es euch an. Schaut es euch an, Leute. Auf geht's. Direkt hier rein. Ulti ist schon fast aufgeladen. Jetzt musst du aufpassen hier, Cordelius. Die Ball kommt. Bisschen zurücklaufen. Ist hier so. Und? Ah. Ein bisschen was hab ich gemacht. Jawohl. Nice. 1-0. Sehr schön. Okay, wir drücken das nächste Gadget. Ein einziges Tor jetzt hier für die 1050 Trophäen einfach. Wie war das hier ab? Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier auf den Bow drauf gejumpt. Sehr, sehr schön. Kann auch direkt noch die BB mitnehmen. Double kill. Und damit sollten wir... Der, 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 der. Hoffentlich. Hab getrollt. Oh, oh, oh. Das ist für ein Hammer. Nice. Und damit sind wir in unter einer Stunde jetzt schon hier Rang 31. Ist das heftig. Okay. Ah, der hat mich gestunt. Ich bin ja dumm. Jetzt hab ich vergessen, dass er mich stunt kann. Bikki ist vom Tor noch immer mit Hypercharge. Oh, passt auf. Die kommen jetzt. Kicker, Hypercharge. Oh, Lord. Jeff. Jeff wird so. Okay, sind alle low. Nice. Ey, das muss ich ins Video. Okay, entscheidendes Spiel für 1100 Trophäen jetzt schon. Nach einer Stunde 20 ist es unfassbar. Okay, jetzt auf jeden Fall muss ich drauf. Larry und Lowey wieder. Oder Kidd sogar, oder? Ja, Larry, Larry, Larry. Okay, okay. Nice, das ist schon fast Kidd. Ganz knapp. Nicht AP. Geh schon mal rüber. Mach jetzt hier für Larry und Lowey zu. Jawohl, der hat nicht mit gerechnet. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, schade, schade, schade. Oh, schade. Oh, schade. Ja, man hat damit gerechnet. Das war nicht gut für mich, das Gätsch. Der Bot ist so stark. Wie viel Damage macht der denn? Ich hab 5000 Damage zurückgemacht. Oh. Kicker. Junge. Hast du es gesehen? Ja. Es war so klassisch dieses, der Esel läuft der Karotte hinterher, aber reicht sie nie. Ja, ich war doch eigentlich dran. Ich check's nicht. Oh, nee, der Bot. Oh, 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 oh. Ich versuch's irgendwie aufzuhalten, aber, ja, nee, keine Chance. Das war der Winkel-Kontor. Was ist das denn? Ich muss mich nicht halten lassen, Shit. Hey, Bro, der, der. Mein Schatten ist so krank. Ich hab beide gekillt. Alle drei Kubikern. Oh, ich hab Hibert-Shot, das ist sehr gut. Jetzt, oh, mein Fehler. Okay. Oh, das ist sehr gut. Du hast auch Hibert-Shot. Dola, du hinst das auf. Du hast auch stark gespielt von euch, stark, Mann. Ey, 1100, oder? Ich hab gar nicht aufgepasst. Ja, weiter. Shit, ich bin der Lary-Royce. Oh, mein Gott, ich bin der Beste. Pass auf, trotzdem ist immer noch nicht vorbei. Das ist immer noch schlecht aus. Let's go. Go, go, go. Ah, schade, Mann. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Die haben, die haben Ult. Puschen, wir pushen, wir pushen, 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 go, go. Let's go. Ey, es war schön gespielt. Geil, Mann. Sehr schön. Ey, 1150 geschafft damit. Geil, zum ersten Mal. Auf geht's. Wir sind damit im entscheidenden Spiel für die 1200 Trophäen, Rang 34. Okay, Mr. P, Bro. Let's go. Okay, direkt Gadget, direkt nach vorne gehen. Möglichst viel Druck machen, möglichst aggressiv gehen, die Lieder hier unter Druck setzen. Oh, Mr. P ist aber geil für mich, hä? Mr. P ist ja richtig geil für mich. Er ist einzig, der hat den Matchup gegen dich. Das fühlt sich. Oh, der kann ich gut hinbekommen direkt dafür. Der Dusch ist im Boot drin. Rechts, rechts oben ist hoch, Junge. Ich bin, ich hab direkt den Fan getötet und nie gekommen. Okay, komm, nächste Gold, nächste Gold. So, Mr. P, zieh es mal nicht so dumm. Let's go. Ja, einmal rausgenommen. Nice, das war gut, das war gut. Und den Fang auch fast. Genau so. Hast du schon mal wieder ein Gadget machen für die Jams? Ja, ich hab ein bisschen Druck gemacht. Mr. P raus, wenigstens. Also, ich hab ein bisschen Druck gemacht. Hol die Cubes. Ich pusho. Ich hab double kill, glaube ich. Oder die Jams. Ja, hab alle gehillt. Ja, Mensch, ich hab gut Druck gemacht. Und gleich Hypercharge. Zurück, zurück, zurück. Wegen Ulti, Achtung. Ja, ich hab Fang in der Schattenwelt. Ich hab gleich noch mehr Ult. Wegen Warnshot, ich komm von hinten. Jawoll. Müssen wir eigentlich haben. 8 zu 10. Ja, einmal gestorben. 8 zu 10. Ein Gem. Ja, Mann. Oh, sehr schön. Nice, der Anfang war übel schlecht für mich. Danach war's gut. Geil. Okay, wir können mal schauen, wie die Stats waren. 6 zu 6. Ja gut, genauso wie es sein soll. Ordentlich Ärger machen, 1200. Geil. Die letzten 5 Spiele für Rang 35, Leute. Auf geht's. Wir haben jetzt hier gleich die Ulti. Ich hab noch 3 Gadgets vor allem übrig. Aufgabe ist wieder einfach, jetzt hier natürlich Druck zu machen vor allem. Jetzt hab ich ein bisschen lang gewartet. Aber jetzt kann ich die drauf, jetzt kann ich die drauf. Geil. Geil, 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 geil. Schön, wieder Gadget gedrückt. Richtig, genau. Richtig, genau. Genau, so im Richtigem. So, jetzt hier gleich Hypercharge, damit Hypercharge rein wieder schön Druck machen. Die Lola kann ich wahrscheinlich bei einem gut rausnehmen gleich. Am besten noch kurz warten. Jetzt hier schön warten. Am besten will ich kurz in den Busch warten, dann überraschen, hätte ich fast gesagt. Und Hypercharge. Ist gedrückt. Nice. Und jetzt kann ich halt richtig Druck machen. Jetzt kann ich halt richtig, richtig Druck machen. Larry und Lowry vielleicht noch. Ist okay. Immerhin sterben. Immerhin, wir müssen sterben. Zehn Shams, komm, 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 komm. Achtung, zwei. Ich mach mal Gadget. Kommt ihr nach vorne. Kommt ihr Papa. Nice. Gar keine Chance. Starkes Spiel von euch. Let's go. Okay. Und damit 1218. So, die letzten vier Runden. Auf geht's. Wir haben, schau mal, wir haben Triple Fang. Wie, Doppelfang, Doppelmortus. Was sagt ihr dazu? Alter. Äh, so schnell. Indicare mich. Okay, also eigentlich ist es ganz gut für mich sogar, oder? Ist okay, ja. Okay, okay. Warum bist du jetzt Jack-Carry, Arthur, wenn du so anfällig bist, für die? Ja, okay, gut, ein Schattenbild geholt. Passt, 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 ist was. One-Shot-Fang außen rechts im Busch. Ach da, oh mein Gott, der ist direkt neben mir aufgetaucht. Shit, ich hab mich gekillt. Ach, der hier, wo bleibt der jetzt? Ich hab die einfach schon geschaut. Oh, wie, das ist so kriminell mit dem Old-Cycle von denen. Oh, Buster. Ah, der kann das Gadget nutzen gegen mich. Ich muss aufpassen. Buster, geht eigentlich fit vom Schaden. Nice, das kann ich Buster auf jeden Fall rausnehmen, sehr gut. Nächstes Gadget. Erst bei uns im Busch, er ist bei uns im Busch. Ob Session oder Omega in der Jams. Ich geh, hol keine Jams. Ich geh Akkurs nie. Okay, 7-0 Leute, auf geht's. Dann gleich die letzten drei Runden, wenn wir gewinnen. Halpert-Shot ist auch im Start. Okay, Mordestand-Fang sind bei mir. Das ist bei mir der Fakt. Gott. E-Shot. So, jetzt einfach hier den rausnehmen. Let's go. Jetzt mal Hyper-Change drücken, Gadget nochmal drücken. Der letzte Spiegel rollt, passt auf. Ja, das passt. Nice, hab die gut gemacht. Nice, let's go. Die letzten drei Games, stark gemacht. Die letzten drei Runden für 1.250 Trophäen. Auf geht's, Leute. Direkt Gadget drücken, wieder schön aggressiv gehen. Und dann sollte das Ganze hoffentlich klappen. Dann haben wir gleich Edgar auf Rang 35 gepusht. Oh mein Gott, ich fuhr zu überran. Plötzlich war die Master da. Oh, nice. Der sollte eigentlich gut down gehen hier. Oh, die sind alle ziemlich low. Ich kann jetzt eigentlich Jesse easy killen. Render, 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 render. Ah, ich fass. Aber ich hab zwei low geholt, eingekillt. Ist okay, ist okay. Ich hab ein bisschen... ...dealer. So eine halbe Sekunde. Ne, weniger. Ne, diesmal hab ich keinen, Archer. Ich beschütze dich. Also. Nice. Gleich Hyper-Charge. Ja, wieder so schön weit vorne drin. Auch hier. Ey, auch hier nicht sterben. Geht's hier rein? Ah, leider nicht getroffen. Schade, Mann. Jesse ist auf mir. Jesse trifft aber irgendwie nicht. Hä? Nein. Nice. Geil, hab wieder zwei geholt. Bin jetzt in der Ecke. Die kriegen mich nicht. Oh mein Gott, das ist so gut gerade. Nice. Willst du wieder runterkommen? Bist du? Nein, der Max dann. So, ich halbe jetzt Scharge. Das ist so gut. Boah, das ist so gut jetzt. Das kann ich einfach abwarten. Ja, komm's hüften. Geil, geil, geil. Das kann ich einfach abwarten. Und rauf. Ja, natürlich. Das war schlecht, egal. Nice. Schön. Die letzten zwei Runden, Leute. Auf geht's. Wer drei, 35. Oh, Glückwunsch. Wer drei, 35? Oh, mega. Nice. Oh, double Larry Low. Double Larry Low. Okay. Die letzten zwei Runden, 1250. Auf geht's. Die letzten zwei Runden, Leute. Golle Konzentration. Vor allem Larry Low. Ich gut rausnehme deine Mike hier auf meiner Lane. Auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich schon draufgekommen habe. Und. Nice. Nee, bin down. Egal. Der Larry Low ist schon sehr bodenlos in den letzten Endgame. Schön, 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 schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Schön, Jesse getroffen. Wo ist der? Wo ist der? Schön, 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 schön. Mikos erstmal in Ruhe lassen. Und komm. Ich muss ihn rausnehmen. Ach, schade, Mann. Ich hab immer seine Ulti rausgenommen, erstmal. Okay, vier Gems. Es ist hier gleich Hypercharge. Wichtig. Ich weiß nicht, mit Hypercharge am besten. Ja, komm. Let's go. Schön gedodged. Wichtig, wichtig, wichtig. Nicht getroffen. Jetzt kann ich direkt auf die Jesse weitergehen. Extra Kill. Oh, ich hab fast alle gerade rausgenommen. Ich hab gerade irgendwie vier Leute rausgenommen. Geiler Beste, Jonas. Nice. Ich hab das ganze Team gefüllt rausgenommen. Hä? Geil. Nee, das war alles gut. Geil. Er ist plötzlich in seine Prime gewechselt. Oh, mega. Da sind zwei Leute in dir drin. Gehen nach unten. Ich lauf schon. Junge, neue iCloud-Nutzungsbestimmung hab ich bis jetzt reingekommen. Was war das denn jetzt? Wie? Hä? Sogar Apple gönnt nicht. Was war das denn? Das wäre iCloud-Nutzungsbestimmung. Egal, Runde war trotzdem gut. 6-4. Geile Runde. Okay, eine Runde für 1.155, komm. Obsession Master. Oh mein Gott, okay. Direkt rein. Entscheidende Runde damit für Rang 35. Volle Konzentration. Wir haben, okay. Ist das Big Spin? Nein. Das sind die Rehidiat. Wir freuen schon. Okay. Big Spin spielt Spike und hat Full SK Profil. Ach so, hab ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Sehr gut. Also. Sandy, jetzt hier aufpassen. Sandy, vor allem natürlich mit ihrem Gadget ein bisschen nervig. Am besten jump ich jetzt hier schon mal. Sehr, sehr gut. Gutes. Ja, perfekt. Hab Sandy. Hab Sandy. Ganz wichtig. Sehr gut. Aber auch Mortis. Gute Runde direkt. Zwei Kills direkt. Ob sie schnell gleich. Ich nehme mal gut. Riecht rein. Sandy, jetzt ist da. Keine Ahnung. Hör mal kurz ab, weil wenn ich jetzt hier im Ding ist ein Sandy Gadget abbekomme, ist nicht so geil. Piper tut hier nicht so geil. Halt mal kurz. Schau rein, schau rein. Ich habe extra Sandy in die Shop. Ja, ja, ja. Okay, komm. Die hat doch zurückgeschoben. Egal. Ich bin drin. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen seitlich spielen. Oh mein Gott, da waren drei Leute. Die kriegen jetzt hier richtig Trouble. Die kriegen jetzt hier richtig Trouble. Wenn ich hier da drin bin, denke ich. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich jump jetzt. Das war schlecht. Oh ne, hab sie, hab sie, hab sie. Nicht ganz, egal. Bin ich gut ärger gemacht. Piper Charge. Da ist 2 Coupes low. Piper Charge. Ah, ich bin jetzt Piper ganz eklig hier. Ich muss aufpassen, wenn ich hier hinten muss. Kannst du Piper Charge auf Sandy, okay? Ja, ja, habe ich vor, habe ich vor. Die kann nichts machen, die kann nichts machen. Die Hilfe von der Piper bekommen, ist egal. Was hast du gewollt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommen 7 zu 5. Ich bin schon so ein Macher. Die Piper T-Cubes. Ist egal. Die Cubes, die Gems, meinst du? Oh, da oben ist einiges, okay. Okay, ich bringe jetzt überraschend hier drauf. Hab den Spikes, sehr schön. Ist egal. Der hat, glaube ich, gewastet. 9 zu 5, komm. Ja, komm, haben wir. Oh, 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 Mortis, ich helfe dir. Oh, ich bin im Spawn. Sehr schön, sehr schön, stark. Stark, 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 stark. 8 zu 7, oh mein Gott, pass'n rum. Ohne zu warten, rein. Nein, die dürfen keinen Jam mehr haben. Ich bleib hier dran, ich bleib hier dran. Ah, Piper ist natürlich nervig. Hab nochmal gehittet, wichtig. Jetzt. Sehr schön, passt. Mal Hits, nein, nicht ganz bekommen, nicht ganz bekommen. Komm, noch einen Jam, einen Jam brauchen wir noch. Schön, 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 komm. Zurück, 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 alle zurück. Wir kommen da nicht raus. Äh, Jojo, noch bleibt Mitte, bleibt Mitte. Ja, ich versuch ab, ein bisschen abzufangen hier für euch. Wir brauchen noch einen. Oh, es sind zu neun, komm. So Spikes nicht feeden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, stark. Let's go. Nice, stark gespielt, Jungs. 1250, ist das geil. Stark, man, wir sehen das nochmal. Jo, wie geil. Edgar, das sieht wirklich wild aus. Fast 55.000 erreicht. Geil. Wenn es euch gefallen hat, ist mir immer gerne ein Abo da. Ganz rechts im Shop könnt ihr mich supporten mit greatercode. Jojonas, haut rein auf viele geile weitere Brawse-Videos mit euch zusammen. Haut rein, ciao.